Die WLAN-Überwachungskamera überträgt das Videosignal direkt per WLAN und Smartphone. Wir verbinden die Kameratestweise mit dem Handy und dann positionieren wir die Überwachungskamera an der Wand. Die Übertragung von der WLAN-Kamera zum Smartphone funktioniert ein- und frei. Im Bild zu sehen ist die Live-Ansicht der App, die gratis zur Kamera mitgeliefert wird. Neben der Live-Übertragung kann die Überwachungskamera auch Videomaterial auf MicroSD-Karte sichern.